Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz. Es bringt dieses Gesetz ein. Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bringe heute das Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz ein. Alles Weitere im Ausschuss. – Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es gibt keine Wortmeldung erster Lesung. Wir vereinbaren jetzt die Aufrufe der zweiten Lesung. Dazu wird dieser Gesetzentwurf in den zuständigen Ausschuss überwiesen. Kein Widerspruch. Damit ist das so beschlossen.